Hallo ihr, mit wem sprichst du denn da? Ja komm doch mal was näher du. Mit wem sprichst du denn da? Ich spreche mit den Kindern. Wo sind denn die Kinder? Ich seh dich ja zweimal. Klar. Einmal da und einmal hier. Ja klar, die Kinder sind im Moment nicht da und deshalb filmen wir einfach ein paar schöne Sachen für die Kinder. Ich will aber mal genau gucken, ob ich ein paar Kinder sehen kann. Moment, ich geh mal was näher. Ja gut, probier nur. Hm, nein, absolut nichts. Keine Kinder da. Ich bin schon ziemlich traurig. Ich vermisse die Kinder. Was vermisst du denn besonders an den Kindern, Igelchen? Ja, vielleicht die schönen Geschichten, die sie mir immer erzählen. Die Reime und Lieder. Hm, kann ich dich denn irgendwie froh machen? Vielleicht können wir zusammen etwas für die Kinder tun. Ja, was denn? Wir könnten das Lied alles Banane singen, weil im Moment kann man so ein richtiges Quatschlied echt gebrauchen. Was glaubst du? Oh ja, super. Ich mach mich schon mal bereit. Bis gleich. Ich hör mir alles an. Gut, Igelchen. Sollen wir denn loslegen? Ja, können wir machen. Gut. Wenn am Morgen ein Nashorn quäht und im Zimmer ein E-Pair steht, wenn ein Igel dich zärtlich küsst und ein Seehund ein Müsli frisst. Was ist los? Ja, dann. Dann ist wieder mal alles Banane. Dann ist wieder mal alles Banane. Dann ist wieder mal alles Banane. Dann ist wieder mal alles klar. Dann ist wieder mal alles Banane. Dann ist wieder mal alles Banane. Dann ist wieder mal alles Banane. Dann ist wieder mal alles klar. Noch immer weiter. Da auch. Wenn ein Elefant Fußball spielt und ein Sau hier durchs Fenster schieft. Wenn am Himmel ein Walflisch schwingt und im Köpfchen ein Vogel piept. Dann ist wieder mal alles Banane. Dann ist wieder mal alles Banane. Dann ist wieder mal alles klar. Das hat mir aber gut gefallen. Das war einfach herrlich. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ihr könnt ja auch mitsingen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.